So meine Freunde, wir sind hier beim schwedischen Vermieter und wir sitzen da oben in einer kleinen Hütte mit vier Personen und haben zwei Dosen Süßtrömming gegessen. Ist nicht auszuhalten in der Hütte, aber man hat mir gesagt, Süßtrömming nicht pur, sondern man soll Süßtrömming mit Kartoffeln und Zwiebeln essen. So, jetzt habe ich hier zwei große Stücke drauf. Jetzt soll ich mal gucken, ob ich das überlebe. Das schmeckt richtig widerlich. Hab ich noch ein Stückchen? Ich habe einen kurzen Umdrehen. Ist weg. Ich kann mir nur nicht vorstellen, was soll daran lecker sein? Das ist sowas von widerlich, aber ich habe es eben ja. Ich habe ihn auch. Ja, Prost.